Willkommen zum Video. Heute zeige ich euch, wie ihr den Kanal blockieren könnt. Und zwar, ihr geht hier unter Kanal, unter Infozeile und ihr könnt das ganze jetzt hier blockieren. Wichtig, Abfrage den Kanal blockieren. Eine Blockade-Blockierung über YouTube Studio blockieren wollt, nimm die Kanal URL des Nutzers, geh hier in YouTube Studio, such den Bereich Ausgebildete, so, und dann nimmte einfach, das ist sehr nervig, und zwar noch mal Überblick, kopieren und einfügen. So, und dann, wenn du den, 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 den Namen ausgesucht hast, wenn ihr den Namen hier ausgewählt habt, dann klickt ihr hier auf Speichern. Ja, dafür kann der Nützer keine Kommentare schreiben, der ist allgemein ausgesperrt. Was er noch machen können, der Blockierer, der kann mein Video liken, der man kann ein Video teilen und der kann mein Video bewerten. So, ich habe es euch gezeigt und das ist ganz einfach und tschüss. Ciao.